Hier Dings vor der Passkontrolle und ihr seht, die Schlange ist riesig groß, also ihr braucht wirklich, müsst viel Zeit mit hier herbringen, also das ist egal, mit welcher er dann hier ab hier fliegen tut, es ist wirklich immer das gleiche, also ob nach Miami oder nach Mauritius, diese Schlangen sind normal hier. Auch die Donner-Pflicht, die Air Force Field und Mexico.